Hallo! Guck mal, Pia macht heute wohl einen Ausflug. Das sieht aber toll aus, wo sie gerade ist. Da wäre ich jetzt auch gerne. Das sieht aus wie ein großes Feld, aber irgendwie passen die Dinge nicht zusammen. Ein Traktor auf dem einen Feld, und guck mal, auf dem anderen Feld steht ja Theo. Was hat er denn da in der Hand? Das ist ja ein komisches Gerät. Zu jedem Bild kann ich einen kurzen Satz schreiben. Das nennt man dann Stichpunkte. Darum geht es heute auch. Lass uns doch mal gemeinsam Stichpunkte schreiben. Hast du auch Lust? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com